Als ich gerade über den Spawn-Film in Minecraft City-Bezahler gelaufen bin, habe ich einen Spieler entdeckt, der einen Huhn gefunden hat. Und ich glaube, dass das gerade Freunde geworden sind. Der Prä nickt dem Huhn irgendwie zu, als würden die miteinander reden. Phoenix, geht's dir gut? Ja? Und weil ich glaube, dass der Spieler Hühner ziemlich gerne hat, habe ich mir eine kleine Überraschung für ihn überlegt. Und zwar pro Like, den ihr auf diesen Short hier lasst, werde ich ihm einen Hühner eingeben. Und pro Kommentar, den ihr schreibt, werde ich ihm einen Huhn auf seinem Grundstück spawnen. Mal schauen, wie viele Hühner die in sieben Tagen gespawnt bekommen. Es war das Java und Bad Rock und ihr könnt ab dem 1.8.2023 mit der IP primedox.net draufjoin. Bis zum nächsten Mal.